Herzlich Willkommen zu unserer neuen Sonntagabendserie, die heisst Gedankendiät, wenige denken mehr sein. Ich freue mich persönlich sehr auf diese Serie. Ich bin sehr interessiert daran, da Fortschritte erzielen zu können. Das ist eine Erkenntnis nach 20 Jahren Meditationspraxis, dass wirklich schlussendlich die Gedanken sind, die wir verändern können. Zum Aufbau dieser Serie. Wir möchten eigentlich mit dem, was wir hier machen, ganz, ganz einfach bleiben. Wir möchten jedes Mal ein paar neue Inhalte vermitteln, damit unsere Motivation erhalten bleibt, daran zu bleiben bei diesem Thema, wirklich unsere Gedanken verändern zu wollen. Wir werden Methoden kennenlernen und am Schluss immer auch eine Viertelstunde Meditation, wo wir das gerade üben, damit wir irgendwie nicht so mit einem grossen Fragezeichen dann am Montag starten und denken, ja, wie soll ich jetzt das in der Praxis umsetzen, sondern wir wollen bereits jetzt heute Abend das umsetzen und dann einfach die Woche hindurch üben. Und ich denke, das ist die einfache Methode, Fortschritte zu machen. Und etwas anderes, was denke ich ganz wichtig ist, ist die Einfachheit. Ich glaube, wenn wir wirklich dranbleiben wollen, wenn wir etwas erzielen wollen, dann müssen die Übungen und auch die Inhalte ganz einfach sein. Oder hat jemand von euch das Gefühl, nein, ich habe die Zeit und ich habe die Kapazität, um etwas ganz Kompliziertes zu verinnerlichen? Ich glaube, das sind ganz, ganz wenige. Viele von uns haben das Gefühl, es läuft viel, es ist intensiv, wir werden gefordert. Und wenn ich etwas machen soll für mich, das wirken soll, dann muss es etwas ganz Einfaches sein, dass wir im geschäftigen Alltag einbauen können. Und ich bin sehr überzeugt, wenn wir uns eine gewisse Zeit lang auf dieses Thema fokussieren, dass wir da sehr, sehr große Fortschritte erzielen können. Eigentlich bei allem. Bei allem, wo wir uns eine Zeit lang fokussieren drauf, da können wir Fortschritte erzielen. Und ich meine, die Gedanken, damals ein Augenmerk darauf zu richten, ich glaube, es gibt kaum etwas, das sich so lohnt. Weil jede Veränderung, die wir einleiten möchten in unserem Leben, es fängt bei den Gedanken an. Und es hört bei den Gedanken auf. So, wir werden auch immer neue, also neue Inhalte vermitteln, auch ein bisschen mehr in die Subtilität gehen, so damit wir die inneren Abläufe immer besser verstehen. Was sind das überhaupt die Gedanken? Wie passiert das da innen? Wie kann ich Kontrolle über die Gedanken erlangen? Warum habe ich so viele Gedanken? All diese Dinge, diese Fragen wollen wir uns erarbeiten, aber auf einem ganz einfachen Niveau. Und auch, damit wir zum Beispiel auch das Zeitgeschehen besser verstehen können. Wir haben eine Umfrage gemacht und einige von euch haben diese Umfrage beantwortet, wo es darum ging, ja, was löst denn so viele Gedanken in mir aus? Und einige haben gesagt, zum Beispiel die Zukunft. Und jetzt, wenn wir eine Sicht auf die Zukunft haben, die sehr hoffnungsvoll ist, und wenn wir sehen, dass wir absolut berechtigt eine sehr hoffnungsvolle Zukunft erwarten dürfen, dann sind die subtilen Ängste nicht da. Und wir haben dann ganz viel weniger Gedanken. Also, dies sind solche Beispiele, die wir besprechen wollen. So, ich denke, 45 Minuten gehen relativ schnell vorbei. Und ich habe ein paar Bilder, die ich euch zeigen will. So, darum geht es. Diese Vögel, die konstant zwitschern, konstant denken. Wie können wir die ein bisschen ruhig stellen? Und wenn sie zwitschern, was können wir tun, dass sie ein schönes Lied pfeifen? Wenige denken, mehr sein. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass wir 20.000 Gedanken haben im Tag. Wenn wir in den Stress kommen, geht das hoch bis 40.000, 50.000, 60.000. Also, konstant denken wir. Und die Qualität unserer Gedanken, das ist das Entscheidende. Und wenn wir uns so fühlen wollen, wie auf dem Bild hier, wir müssen dann unsere Gedanken sein. Wenn wir das Gefühl haben wollen, ja, da unten am Berg die Dinge passieren, es ist nicht alles optimal, Herausforderungen sind da, aber trotzdem, so das Gefühl, ich bestimme selber über mich. Ich kann das steuern, was ich denke, was ich sage und was ich tue, mit dem Ziel, meine Gefühle auch steuern zu können. Und auf diesem Zusammenhang kommen wir heute noch. Es gibt jede Stunde, gibt es so eine Hauptmessage, die ich eigentlich rüberbringen will, mit der wir dann in die Woche gehen können. Und diese Hauptbotschaften, die sind ganz, ganz einfach. Und es sind auch Sachen, die ihr gehört schon habt, oder schon davon gelesen habt, aber wir müssen uns daran erinnern, weil es im Alltag einfach vergessen geht. Und eine Hauptbotschaft heute ist, dass die Gedanken meine Gefühle bestimmen. So etwas Einfaches. Aber wenn wir dann irgendwo mit unseren Gefühlen festhangen, wenn wir in die Angst kommen, oder in den Ärger, dann können wir die Gedanken haben, also welche Gedanken denke ich jetzt, und wie kann ich das ändern? Welche Gedanken kann ich stattdessen ändern, damit ich dann innerlich eine andere Erfahrung mache? Wir denken mit dem Geist. Und der Geist, kann man sich vorstellen, damit man irgendwie ein Bild hat, das ist wie ein gefühlproduzierendes Organ. Der Geist ist ein gefühlproduzierendes Organ. Jetzt, welche Gefühle produziert der Geist? Der Geist produziert die Gefühle, die den Gedanken entsprechen. Also wenn ich andere Gefühle erleben will, dann kann ich dem Geist neue, schöne, kraftvolle Gedanken füttern. Und das kann man ausprobieren. Wenn man sich mal nicht gut fühlt, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, einen Spaziergang draussen, und denken, alles kommt gut, alles kommt gut, alles kommt gut, ganz langsam und tief. Oder am Morgen, solche Gedanken dem Geist füttern. Alles ist gut, alles ist gut. Oder wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht gut an bei den Leuten, und ich bin abgelehnt. Alle lieben mich. Alle lieben mich. Und das ist die einfache Art, wie wir subtile Programme im Inneren überschreiben. Programme, die wir aufgenommen haben aus unserer Erziehung, aus unserer schulischen Karriere, von der Gesellschaft. Und das sind so Konditionierungen, mit denen wir dann durchs Leben gehen. Und wir haben uns die antrainiert. Und ganz einfach mit anderen Gedanken können wir die ändern. Da sind wir bei uns im Ziel. So wollen wir uns fühlen. Und ihr könnt euch gerade selber fragen, ja, was bedeutet dieses Bild für mich? Wo will ich hin mit meinen Gedanken? Was möchte ich erreichen? So, jeder Baustein der Serie, hier am Sonntagabend, wird diese drei Dinge beinhalten. Erstens mal die Wirkung der Gedanken. Und das ist etwas, da müssen wir uns auch jedes Mal daran erinnern. Die Gedanken haben eine Wirkung. Es ist nicht nur ein Gedanke. Ja, ja, okay, der Gedanke ist vorbei. Nein. Der Gedanke hat eine Wirkung auf mein physisches Wohlbefinden, auf mein psychisches Wohlbefinden, auf meine Beziehungen und so weiter. Das wollen wir immer wieder ein bisschen wiederholen. Zum Beispiel hier das Bild. Ja, wenn man sieht, da morgen, der fährt vielleicht zur Arbeit, die Leute um ihn herum, die sind alle nicht gut gelaunt. Was passiert, wenn er einfach ganz stoisch seine guten Gedanken weiterdenkt? Das wird eine Wirkung haben. Eine erste Wirkung ist, was sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, er ist von den negativen Energien, die ihm umgeben, ist er geschützt. Das einfach als Beispiel. Und dann das Zweite, was wir immer anschauen wollen, sind Auslöser und Gründe für zu viele Gedanken. Es gibt Situationen, die herausfordernd sind, aber dann der Grund, warum ich leide in Situationen, ist, weil ich entsprechende Gedanken habe. Ich kann ein Beispiel machen. Ich war mal einkaufen. Das war eine Weile her. Und da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Sie sind auch ein Double. Ich weiß nicht, ob man das versteht in Hochdeutsch. So im Sinn von, Sie sind wirklich ein völliger Dummkopf. Und ich war einfach so an meinen Früchten auslesen, aber die fand jetzt einfach, dass ich ein Double bin. Und ich musste schmunzeln. Und dann hat sie gesagt, und dann noch dieses doofe Lächeln. So, was will ich damit sagen? Der Auslöser, das war einfach eine Situation. Aber weil es für mich so offensichtlich war, die Person, die kennt mich gar nicht, und mit ihr stimmt etwas nicht, ihr geht es nicht gut, weil mir das so völlig klar war, hat das doch in mir überhaupt nichts ausgelöst. Kein einziger negativer Gedanke. Wenn mir aber dasselbe passiert, zum Beispiel an der Arbeit, dann hätte ich vielleicht ganz viele Gedanken nachher. Aber da könnte ich eigentlich auch verstehen, wenn an der Arbeit mich jemand klein macht, zum Beispiel kritisiert, angreift, wenn ich da verstehe, aha, diese Person geht es nicht gut. Zum Beispiel kann ich ganz anders damit umgehen. Aber ich muss vorbereitet sein auf eine solche Situation, damit ich dann verstehen kann, ach so, diese Person geht es nicht gut. So, und dann der dritte Teil einer jeder Session, die wir da machen am Sonntagabend, Methoden der Gedankenkontrolle. Das können ganz spielerische Methoden sein. Und das Wichtige ist, verschiedene Methoden experimentieren, damit das Ganze irgendwo spannend bleibt, heiter bleibt. Das soll nichts Ernstes sein. Oh ja, jetzt meine Gedanken. Nein, es ist doch toll. Jetzt machen wir uns, Entschuldigung, jetzt machen wir uns daran, die Gedanken zu verändern. Also, wir arbeiten an unserem Verständnis, damit wir, damit unsere Weisheit aktiviert wird, damit wir Situationen besser einordnen können. Das gibt schon wenige Gedanken. und dann hier Methoden zur Kontrolle. Und jetzt wollte ich eigentlich fragen, ja, fehlt mir doch etwas nach diesen drei Bausteinen, was fehlt. Und dann machen wir uns auf den Weg. Das ist dann, was die Woche nur passiert. Ihr habt eure Zielfragen. Jetzt kriege ich meine Kontrolle über die Gedanken zurück. Und da diese Dampfflocke, die muss einfach immer ein bisschen, ein bisschen nachgelegt, sagt man, glaube ich. Ein bisschen Kohle muss nachgelegt werden. Nicht konstant, aber immer wieder ein bisschen. Und so bleiben wir immer in Fahrt. Das heißt, wir nehmen eine Übung mit und wenn wir immer ein bisschen an dieser Übung arbeiten, dann werden wir in unserem Fortschreiben nicht zu einem Stillstand kommen. Und wir werden bestimmt großartige Veränderungen erfahren können. So, das sind eure Antworten für diejenigen, die an dieser kleinen Umfrage mitgemacht haben. und ich muss sagen, die Antworten, ja, es hat mich berührt und ich habe gedacht, ja, das ist das Leben, das ist die Realität, so willkommen in der Realität. Und es ist einfach auch gut zu sehen, es ist, ich bin nicht alleine mit denselben Herausforderungen, aber natürlich wissen wir das. So, das sind die Auslöser der Gedankenstürme, die von euch genannt wurden. Das eine sind intensive Emotionen in Situationen. Damit ihr euch das vorstellen könnt, das ist nicht eine wissenschaftliche Studie, das Ganze, das sind 15 Leute, die geantwortet haben. und wenn dann im Verlauf des Programms noch mehr diese Umfrage ausfüllen, dann werde ich dann diese einfach dazu tun. Und ja, wir sehen ein bisschen, was beschäftigt da meine Freunde, die mit mir durch dieses Programm gehen, was beschäftigt die anderen auch am meisten. So, intensive Emotionen, mit anderen Worten, wenn jemand in der Familie total schlecht gelaunt ist oder an der Arbeit ist jemand zornig, so solche Sachen. Unpassendes Verhalten anderer. Ich werde kritisiert, in der Familie, ich werde unfair behandelt. Und ich glaube, dass diese Kuchenabteile, das bedeutet vier Nennungen, vier haben es genannt. Vergangenheit, Dinge aus der Vergangenheit, die einem, wo wir Reue empfinden. Was kann man dagegen tun? Und dann die Zukunft, das waren auch vier, fünf Nennungen. Wenn man sieht, die Weltentwicklung, klar, das macht doch einem Angst. Und deswegen wollen wir da auch schauen, wie können wir das Weltgeschehen einordnen, dass sie wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll sein können. Und ich meine das nicht zynisch, sondern ich meine es echt, wir können hoffnungsvoll sein, trotz der sehr, sehr turbulenten Zeit, die wir erleben. Dann das eigene Verhalten, zum Beispiel möchte ich mein Essverhalten ändern, zum Beispiel, oder die Gesundheit, Müdigkeit, Schlafprobleme, Umstände, wie Administration, die mich konstant beschäftigt hält, oder finanzielle Engpässe. So, das sind eure Nennungen. Und jetzt, wo setze ich an? Wo fange ich an? Wenn mich irgendetwas von dem plagt, was ich gesehen habe, wo fange ich an? Und das Erste ist, jetzt setzen wir uns mal in die Mitte meiner Aufmerksamkeit. Ich und meine Gedanken. Und ich glaube, wir dürfen uns erlauben, diesen Fokus so zu setzen. Jetzt ist es in der Mitte, ist nicht die Arbeit, nicht der Haushalt, nicht andere Menschen, sondern ich und meine Gedanken. Und die anderen Bereiche, die ich gesagt habe, die profitieren automatisch davon. Und dann, wenn ich in der Mitte bin, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, die mich betreffen. Und worauf fokussiere ich mich? Ich fokussiere mich darauf, was ich wirklich kontrollieren kann. Und das ist eine große Erleichterung. Einfach mal zu verstehen. Es gibt viele Dinge, die mich betreffen, aber ganz vieles, ich kann es einfach nicht kontrollieren. Ich möchte, dass vielleicht das Verhalten von jemandem sich ändert, aber kann ich es wirklich kontrollieren? Wir können ja nicht mal das Verhalten von einem Kind kontrollieren. Es geht einfach nicht. Wir können nur Einfluss ausüben. Also, all die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die versuchen wir jetzt akzeptieren, positiv zu beeinflussen. Aber was in meiner Kontrolle ist, das sind zuerst mal meine Gedanken. Und wenn ich meine Gedanken kontrollieren kann, dann kriege ich Kontrolle über das, was ich sage, dass ich nachher nicht sagen muss, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder das hätte ich nicht schreiben sollen in der Mail. Ich kriege Kontrolle darüber, was ich tue und über die Beziehungen. Ich erinnere mich gerade daran, dass die gute Vanessa im Hintergrund übersetzt. Ich hoffe, ich bin nicht allzu schnell. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zur ersten Methode. So, das waren jetzt alles Anregungen. Was ist die erste Methode, die wir mitnehmen in die erste Woche? Ganz einfach. Stopp. So, da möchte ich das ausführen. Wir haben wie vergessen, oder das ist nicht mehr unsere Erfahrung, dass wir eigentlich wirklich Herrscher über unsere Gedanken sind, sein können. Stellt euch mal vor, ein Waisenhaus, wo keine Aufseherin und kein Aufseherer ist. Wie würde das zu und hergehen? Absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Und genauso habe ich wie vergessen, dass ich eigentlich da oben der Meister bin. Ich sage, ich kann die Gedanken erschaffen. Ich kann Gedanken erschaffen, aber ich kann auch Gedanken, die mir Leid bringen, kann ich sagen, Stopp. Und in diese Erfahrung müssen wir wiederkommen. Und das ist etwas sehr, sehr Angenehmes, plötzlich zu merken, wow, ich kann meine Gedanken stoppen. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen da, aber wenn wir uns darauf fokussieren, dann können wir schnell Fortschritte erzielen, wir bekommen ein Gefühl dafür. Je schneller wir die Gedanken stoppen können, desto einfacher. Das ist wie, wenn ich den Berg runterrolle. Wenn ich mal richtig in Fahrt bin, dann ist es schwierig zu bremsen. Aber wenn ich ganz so mal am Berg stehe und gerade so anfange runter zu gehen, dann kann ich ganz leicht bremsen. und genauso wenn wir innerlich so aufmerksam sind und merken, Moment, das sind genau die Gedanken, die mir nachher Leid verursachen, die mich in die Spannung bringen. Oder ich weiß, wenn ich jetzt so weiterdenke, es geht eine halbe Stunde und ich bin total ausgelaut, ich könnte gleich schlafen gehen. Da wollen wir ein Gefühl dafür entwickeln und stoppen. Das üben wir nachher. Und dann, was machen wir stattdessen? Wir müssen eine Alternative haben. Eine Alternative, und das ist die einfachste Methode eigentlich, ist einfach mal da zu fokussieren, zu diesem Fokus zu kommen, zu diesem Lichtpunkt. Wir werden dann noch über diesen Lichtpunkt sprechen. Einfach genau, ich weiß, wissen schon ganz viel davon, aber diejenigen, die neu sind, werden noch davon sprechen. Aber jetzt geht es einfach darum, da zu fokussieren. Und von mir persönlich, ich weiß, dass in meiner ganzen Meditationspraxis, das ist das, dieses Stoppen ist da, wo ich noch zu wenig Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe. Diese Gewohnheit, sobald ich merke, das sind die Gedanken, die mich gut tun, Stopp. Es ist wie auf einer Baustelle, der sagt, halt, da kannst du nicht weiter. Und so können wir mit den Gedanken sagen, Moment, da geht es nicht weiter. Aber dann, wo geht es weiter? Wir fokussieren einfach hier auf diesen Punkt, auf diesen Lichtpunkt in Schem. Weil die Gedanken, die uns nicht gut tun, ihr werdet etwas feststellen, die sind nie da. Die Gedanken, die sind entweder da, beim Nachbarn, an der Arbeit, in der Zukunft, in der Vergangenheit, die sind überall, außer hier. Und das können wir üben, wenn wir zu einem Stillstand kommen und hier ankommen, dann hört das Denken auf. Und jetzt noch sehr etwas Motivierendes. Ein Gedankensturm dauert zwischen drei und fünf Minuten. Ihr könnt das ausprobieren. Das heißt, etwas passiert oder dieselben alten Gedanken Muster kommen und ihr merkt, jetzt geht's los. So, jetzt fängt das Schauspiel an, da drin. Und wenn ihr dann sagt, aber jetzt nicht mehr, stopp. Mit dieser Autorität, stopp. und dann bindet ihr eure Aufmerksamkeit hier an. Und das, wenn ihr das schafft, zwischen drei und fünf Minuten, ohne diesen Gedanken reinzugehen, dann lässt der Druck nach. Und ihr merkt, es ist vorbei, der Sturm ist vorbei. Ihr könnt garantiert sein, der Sturm wird wiederkommen, natürlich, bis wir uns auch ein anderes Verständnis angeeignet haben, andere Gedankenmuster, aber so nehmen wir Kraft aus diesen Stürmen. Also nochmals, nachher gehen wir in die Übung. Die Aufgabe, die wir uns stellen für die nächste Woche, ist, wenn wir merken, jetzt kommen Gedankestüme, jetzt kommen negative Gedanken oder zu viele Gedanken, etwas, das vielleicht, ja, es war okay, das zu denken, aber jetzt stopp, bitte, ich muss es nicht zehnmal denken, 20, 30 Mal. Wenn ich zum Beispiel gedacht habe, ja, mit dieser Person muss ich das Gespräch suchen noch. Okay, stopp, aber dann, der Geist will weiterdenken und sich noch rechtfertigen und schon vor, ja, und das werde ich dann sagen, das werde ich sagen, stopp, einfach in den Frieden kommen. Und ich denke, ihr könnt für euch eine andere Qualität nehmen, wenn ihr wollt, aber ich glaube, wir sind gut beraten, einfach da auf den Frieden zu fokussieren. Es kann auch Stärke sein, Kraft, wenn jemand denkt, nein, ich brauche jetzt vor allem Kraft, dann kann die sagen, okay, hier, ich gehe ins Zentrum der Kraft. Aber Frieden ist auch eine Kraft. Okay, ich bin ein bisschen ausprobieren, wenn ich jetzt euch einlade, Fragen zu stellen, dann geht es vielleicht zu lange und die jenigen, die pünktlich aufhören wollen, denen möchte ich die Chance geben. Also werden wir jetzt eine Meditationsübung machen, die uns vorbereitet auf die nächste Woche und nachher können wir noch so machen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die in den Chat schreiben, ich kann die vielleicht beim nächsten Mal aufgreifen oder auch per Mail beantworten, das ist auch möglich. Vanessa kann vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du die kennst, die E-Mail-Adresse von unserer Webseite reintun, in den Chat, dass diejenigen, die unsere Newsletter nicht bekommen, die können sich da eintragen. ich sage das, weil ich noch eine Möglichkeit der Interaktion, damit ich Fragen beantworten kann, vielleicht per Mail auch. Okay. Gut. Sehr gut, danke, das ist noch viel besser. Die E-Mail-Adresse, von einigen von euch habe ich die E-Mail-Adresse, da können wir auch im Austausch bleiben. So, jetzt setzt euch aufrecht hin. Wir denken nicht mal, dass wir meditieren, sondern wir kommen einfach in unseren Frieden. Ich komme einfach in meinen Frieden. Ich merke, wie selbst der Körper ganz friedvoll wird. Selbst die Organe des Körpers werden friedvoll. Ich komme ja nicht sehr angenehm entspannen. Und ich schaue mal, ob ich irgendwo Spannungen finde im Körper. Und wenn ich merke, ja, das sind Spannungen, dann lasse ich das einfach los. Mit guten Gefühlen. und dann machte ich mich auf meinen Atem. Ich begleite meinen Atem mit meiner Aufmerksamkeit. Ich begleite meinen Atem mit meiner Aufmerksamkeit. Spüre, wie es automatisch atmet. Es ist möglich, dass die Gedanken einfach weg gehen. Kein Problem, das ist ganz normal. Das passiert allen. Ich komme einfach wieder zurück mit meiner Aufmerksamkeit zu meinem Atem. Und jetzt beobachte ich meine Gedanken. Die Gedanken ziehen vorüber wie Wolken am Himmel. Sie kommen und gehen. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Gedanken aus. Wie großartig, dass ich meine Gedanken beobachten kann. Ich merke, da gibt es einen Abstand zwischen mir und den Gedanken. Tatsächlich bin ich nicht meine Gedanken und deshalb kann ich sie beobachten. Und allein durch die Aufmerksamkeit werden die Gedanken weniger und langsamer. der Geist wird immer ruhiger. Und jetzt mache ich das, was ich immer tun werde. Wenn die nächste Woche viele Gedanken kommen oder unangenehme Gedanken kommen. Ich sage Stopp. Ihr Gedanken stoppt jetzt und kommt nicht mehr in meinen Geist. Und jetzt bringt ihr die Aufmerksamkeit zur Mitte der Stirn und stellt euch ein strahlender Lichtpunkt des Friedens dar. Stellt euch diesen Punkt vor und schaut einfach in diesen Lichtpunkt hinein. Ihr möchtet nichts denken. Ich muss nichts tun. Ich schaue einfach auf diesen Lichtpunkt und dieser Punkt ist angefüllt mit Stille und Frieden. Und für zwei Minuten schaue ich einfach diesen Lichtpunkt. Ich bleibe voll verbunden mit diesem Licht und mit diesem Frieden in diesem Punkt. Und noch eine Minute schaue ich einfach in diesen Lichtpunkt hinein und absorbiere diesen Frieden in diesem riecht. Und das riecht. Okay, und dann erlöse ich meine Aufmerksamkeit wieder und nehme mir wieder meine Umgebung, das Ganze. Ich nehme mich in meine Ganzheit wahr und ich hoffe, ich habe ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Übung geht und ich werde feststellen, wenn wir das ein paar Mal machen, dann wird es immer natürlicher. So, das war der erste Teil dieser Sonntagabend-Serie. Ich möchte noch die Liegenheit geben, Fragen zu stellen. Ihr könnt es in den Chat schreiben. Und wer will, kann einfach noch ein bisschen die Stille genießen auch, meditieren für sich. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag und ich wünsche euch, toi toi toi, denkt daran, ein Gedankensturm dauert nur drei bis maximal fünf Minuten. Und dann lässt der Druck nach. So lange müsst ihr es aushalten und hierbleiben. Stopp, stopp. Ins Licht schauen und dann hört es auf. Also, viel Erfolg. Danke fürs Dabeisein. Tschüss zusammen. Danke fürs Dabeisein. Untertitelung des ZDF, 2020